Seele, Alex, hast du nochmal gegrüßt? Hast du ein neues oder was? Ne, das normale Salutieren einfach. Vor jeder Mission wichtig. Stimmt, wertvolle Daten beschaffen. Boah, da kann einer nur mit Pistole also rumlaufen. Also erst einsammeln und dann da hinlaufen. Also hier am besten gleich landen, oder? Ja, scheiß so, gehen wir aber direkt rein. Das war auch damals immer das Beste. Ja, sag ich doch. Hab ich doch, hab ich das gesagt? Hab ich gesagt. Ja. Stark initiiert. Ich mein, wenn überall Feinde sind, dann komm auch direkt dort hin, wo wir hinwollen. Ja. 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 Bisher schon richtig gut gefallen. Ja, das ist doch. Schon eine leichte Kaste. Ja, das ist einfach, das Gameplay ist geil vom Kampf mit den Karten. Wie das immer aussieht, ist nice. Und was ja auch wichtig ist, weil das ja doch irgendwie einen großen Teil des Spiels auszumachen scheint, die Story macht irgendwie Spaß. Ich fand's auch lustig, selbst diesen Twitter Starlink, oder wie sie es da genannt haben, das Ding, selbst diese Kommentare zu lesen, hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht. Und hast du schon auch, oh, ähm, Magic in meiner Mission dabei gehabt? Ne, ne, ich hatte erst, ähm, nur die erste Mission gemacht, ähm, sie hatte, es war dieses Portal geöffnet, wo ich dann, gegen Venom hab ich eigentlich bisher nur gekämpft, das war das letzte, was ich gemacht hab, wo dann Spidey kommt und einen Rettet zum Schluss. Und dann kriegt man das erste Mal seine, ähm, seine Rüstung. Ist auch so lustig, ja, Spidey braucht Hilfe. Okay, ähm, ich mach mal 15 Leben-Missionen erstmal. Das find ich halt ganz entspannt, im Vergleich zu den X-Com-Teilen, dass da, ähm, kein Zeitrasch ist. Ja, 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 ja. Ja. So, okay. Wo ist denn das? Weiß ich nicht. Ah, ja, aber hier geht die gewöhnliche Probe, gewöhnliche Probe. Eine weitere Probe für die Demokratie, Moment. Hinteragieren. Aber hier können noch mal ein paar Monster. Die irgendwelche Schwachstellen, Aua, haben. Wahrscheinlich. Shit, hilf mir. Das Nachladen. Ah! Er ist down. Die Schwachstelle war die Seite, glaub ich. Oh Gott, noch einer. Oh Gott, ich bin tot. Okay, 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 okay. Wenn er einen ankotzt, hat man Probleme. Ähm, also was war das? Äh, Oh Gott. Zerstärkung! Zerstärkung! Na klar, hast du da voll wieder. Zerstärkung! Na klar, hast du da voll wieder. Zerstärkung! Zerstärkung! Was? Vielleicht wird Zeit für deine Gatlingern. Hm. Na ich wollte eigentlich auf dem Vieh landen. Mann Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Aua. Mhmm. Ah fuck. Alter, du konntest mich wieder an. Komm mal wieder zu mir, die Gattlinge. Ich, ja, ich versuch. Alter fällt. Ah, der ist ja tot. Ja, ja. Letztes nachladen. Letztes nachladen? Was? Muss man den benutzen, deine Gatlinge? Oder wieso läufst du die so? Ich dachte, ich schieße es automatisch. Tipp, 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 tipp. Was? Starten, um datener Verschüsse. Äh. Irgendwo. Das war hardcore. Naja. Ach, moin, dann kann ich ja auch mal in meine Reischenpistole an. Ah fuck. Ich übernehme das Terminal. Okay. Können wir jetzt mitnehmen. Batsch. SSD-Datenträger. Haben das Backup geholt. Wir bringen den also zum Kommunikations... Naja, gut. Äh, also nach... Ja, Norden. Gehen nach Norden. Naja. Gehen durch einen Wald. Ach so, und ich habe das Ding jetzt unter meiner... Ja, ja, das warst du nur die Pistole. Ja, ja, ja. Auch hier am ersten Teil war es. Ja. Wir rennen jetzt einfach. Ja. Gut. Weg. Ui. Nicht da rein warten. Okay. Hier sieht man auf jeden Fall besser, das gefällt mir gut. Ich bin jetzt ein bisschen heller. Äh. Geht's hier runter? Ja. Durch den Tod geht's da. Runter. Machst du keine Ausdauer mehr? Ich geh nicht gesprungen. Ui. Ui. Einfach nicht heller. Ich hab' ich gar nicht gesehen, dass am Boden das war. Guck mal, da warten auch schon welche auf uns. Magazin leer. Ist das hin? Ne. Ah, ja. Das zieht eben weiter noch. Wenn ich mich frage, könnte ich für den kleinen Moment den Daten drehen? Kann ich mich nicht. Waffe wechseln? Äh. Ja. Gute Idee. Die versuchen einen echt zu umrunden, die wir eigentlich später hier. Man, wie wenig Schuss hat denn dieses Magazin eigentlich? Ich hab' ja mal eine gute Position. Ich muss nachladen. Hau ab. Ich hab' doch nachgeladen. Oh, ich hab' weh gedrückt. Du darfst nicht zu viel aufhören mit dem Nachladen. Äh. Jetzt muss ich nachladen. Das dauert. Das dauert. Das dauert. Nachladen mit der Mission Pistole. Okay. Können wir schon noch was rufen? Ich glaub' das war das Wichtige, oder? Dieser Kampf. Das sag' ich nix rufen. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Äh. Also höchstes Nachschub. Ähm. Hä? Ahja. Ach so, das ist dann. Ja. Oh, da kommt das. Okay. Au. Ach so, das gilt für uns beide dann der Nachschub. Okay, ist ein bisschen. Ach so. Dein Culldown war jetzt auch betroffen, ne? Jaja. Interessant. Oh, da war noch einer. Aua. Die Kotzer. Aua. Oh, sehr gut. Oh Gott. Der lebt noch. Ja. Warum gibt's eigentlich kein Film, in dem, ähm, Weltraum-Soldaten gegen Bugs kämpft? Hehehe. Hehehe. So. Ganz pr... Können wir noch was machen? Wir müssen das Paket noch umbringen, ich hab noch nicht ganz verstanden wo. Illegal Übertragung beenden. Oder sind wir hier falsch? Wir müssen es ja auf 100% zurückkommen. Oder? Ja, jetzt. Ach so, du musstest am Terminal noch was machen. Okay. Aber vielleicht mussten wir den Datenträger hier nicht häppen? Doch. Oh, leg doch hier noch. Okay, jetzt kaputt! Ja, das haben wir jetzt ja hochgeladen. Auf die Daten, dachte ich. Da steht immer noch rechts, verschlüsselten Datenträger ein. Wir bringen den SSD dann zur Kommunikations-Relay. Wusstest du, dass Lamas eigentlich gar nicht spucken? Dass Lamas Wiederkäuer sind? Ja, das hab ich mal gehört. Heil Cholra, wie schön das auch da ist. Danke für die... Wie die spucken nicht? Da muss man hin. Magenflüssigkeit. Also das Magensaft hochwirken. Ach so, die kotzen, meinst du? Oh Gott, da vorne ist irgendwo. Okay. Ist das hier zu Betrug oder was? Ja. Okay. Ich dachte, wir würden sie gleich vorbeilaufen lassen. Jetzt schaffst du nicht, dass wir uns in den Rücken fallen. Wir sind jetzt zum Bugs töten. Milch trinken und Bugs töten. Ich hab die Milch schon aufgebraucht, ja. Ja. Genau. Oh, war doch Bumblegum. Das ist ja auch bei IT-Graut, ja auch. Äh... Wo lauf jetzt hin? Was ist Schlüssel? Da, wo wir hin müssen mit dem Ding. Okay, okay. Vertreue ich dir mal. Chargent. Kadett! Noch. Noch. Aber eines Tages. Ich bin jetzt. Bin ich tot. Dann werde ich, äh... Ausbilder. Ausbilder Schmidt, allerdings. Mhm. Ja, wo war das eigentlich? Wer war das eigentlich nochmal? Ach, das war auch so ne... Sendung. So neunziger Jahre, äh... Die war total... Ne, 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 ne. Das war so wie Hausmeister Schmidt, Ausbilder Schmidt. Wobei stimmt, der war so ein Comedian, ne? Der immer so militär auf... Aufbringstück rum rief, klar. Ja, ja. Oh, hallo. Ui, 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 ui... Jai, 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 jai... Ja, so grünen. ich werde beschossen oh gott ich bin ich wäre getroffen war die vertippte wie kommen wir die morgen gelusten ja genau dieser tür das musst du mich rufen ok zeigt mir den feind wo ist denn mein maschinengewehr das habe ich aber hier du kannst meins haben ja du wirst gerade eine bombe kannst wir haben die kotzen immer ja die lama lauf steh auf das war meine kanate die wir hinter mir ich habe mal gesagt ach hier liegt noch die proben ich gesagt von habe maschinenpistole so müssen wir können wir ja das ist von außenposten die wir gerade geregelt wo wir reguliert haben was doch jeder auch reguliert hat er ja das ist auch zu ende bringen ich habe gerade vorräte angefordert werfe granate hinter dir ach nee doch nicht war eine leiche es war eine leiche die immer rausgeschlagen wo ist jetzt das paket hier ich habe was ich habe dir gerade beim vorbeigehen eine spritze gegeben ich wollte eigentlich die position aufheben so sagt man ja einfach mal eine spritze beim vorbeigehen in den hintern bekommen da bist du hin ja ach so die gefaße markiert hier links was ist das das ist irgendwie relevant das ist ein autoreifen lager auch die bugs haben berufe ja na komm mal da oben warte mal ach nee ich wünschte ich müsste keine granate werfen für diesen orbitalschlag sondern könnte es einfach markieren da oben aber so passt es doch auch komm mal zu ja ja kein jetzt ich gehe ans terminal ich rufe mal ein mg okay müssen wir hier bleiben oh hier ich wöfel mal nach die der herr ist du oder ich will die sind die position gerade ich drehe mich nach links oder werde ich angekommen man ist aus dem markt aus unserem turm geworden mann der ist jetzt tot rechnen seiten manuell aus wir haben das ist 100 prozent das ist also nicht der turm ich schätze vielleicht dass der darum das geschützt hat wurde einmal bespuckt und ist zerstört worden aber das ist ja peinlich so fast wie ein mensch haben wir dadurch rüber sie war sogar hier unten sind ja schon wieder welche ich glaube weiter oder ich höre das nachladen jetzt kann ich übernehmen weiß noch was kommt kommunikation drücke ad satelliten schild ausrichten und wo weiß ich wann es richtig ist wenn es bling macht ich drehe und drehe und drehe ich weiß nicht wohin vielleicht musst du das bei der anderen station sagen doch schon muss auf dem bildschirm gucken oder so was weiß man wir tauschen mal bis hier bleiben wir hier ich glaube wieder zurück ok es gibt feilschaden got it ja weiter aber ich muss jetzt mal hier mich hier verteidigen sind und stimmt ja auch wieder raus drücken oh boy ich versuche mal die steckens feuer zu geben ja ich muss ja andere bis da sind aua oh gott hallo auch du auch du auch brotus ich habe auf jeden fall noch gesehen dass so ein halbes mal noch weiter drehen muss aber ich habe mal erkennt in welche himmels richtung anfrage bestätigt verstärkung im anmarsch alles safe ja ich habe ja nachgelandt weiter 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 und stopp zurück okay passt es so alles gut für die waffe aber nicht jetzt steht es erst mit übertragen komme ich zu dir aber ich baue mal hier ein geschätzt turme vielleicht das nicht mal eine gute position oder meint es kommen noch mal viele und so nicht mal aber okay es gibt echt fallschaden ich wollte einen kopper machen ich bin nämlich über dem geschütz ausweichen ja gut okay aber es ist noch nachschub ne na gut gehen wir einfach ja da kümmert sich ach ja aua ich bin gleich los hab was gefunden ja ach ach Tee einschränken mhm hier ist doch bestimmt noch was zum schwere mg stellung yes ok das ist cool hier noch muni gewöhnliche probe sieht aus wie granaten ich habe leider alles voll weiß nicht wie es bei dir aussieht ich habe auch gerade alles voll durch den nachschub ja evakuierung verfügbar aber das ist natürlich schon cool ok gut zu wissen sieht man das auf der karte sowas ne ne ah doch da ist so ein symbol aber vielleicht erst seit wir da vorbeigelaufen sind ich glaube vorher war das auch nicht da langsam steht da bei mir unten ist nicht mehr mhm bist wahrscheinlich durch diese eier gelaufen du bist durch eier gelaufen du bist durch eier gelaufen ja und wie kommt ihr vorhin ja ist jetzt dritte mission da läuft eigentlich ganz gut guck mal da links das könnten wir theoretisch auch noch machen wenn wir Bock haben da ja ok das hier grad warte mal orbital straß schlag wenn ich wieder dorthin geworfen bekomme ja bitte orbital schlag und hier leikum ja ich muss waffe wechseln und vvv ja ich muss waffe wechseln und vvv ja das ist hinter mir auch ja ich bin down von hinten ich hab die vier proben fallen lassen wo kamen die auf einmal alle her ja ich hab doch gedrückt nein oh nein nein ich sah aus als ob du stirbst der stirb 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 Ah, das sieht doch mal nach, Mann! Eieieieieiei... Eieieiei... Eieiei, werdet auch nicht weniger... Magazin leer! Neues Magazin! Oh Gott, Leute! Lass mich hier durch... Monster! Der richtige Ausdruck... Aua, was tat weh! Da komm noch mal, da läuft noch mal eine Patrouille rum! Okay, wunderbar! Hinter dir, hinter dir! Nein, ah, diese blöde Säure! War grad ganz dazu langsam... Also das liegt jetzt nur, weil du wieder reinschaust, Dieter. Bis dahin lief's ganz gut. Was? Ich bin grad tot, deshalb. Ja, ist mir klar, aber ich hab noch Verstärkung gemacht, Eieiei! Das geschützt doch schon wieder weg, ich dachte, das hält länger durch... Oh Gott, noch welche! Zeig mir den Feind! Oh Mann, wo hast du mich denn hier gespawnt? Weiß ich nicht! Du machst das schon! Aber... In Gruß von der Demokratie! Evakuierung verfügbar! Du machst das schon! Oh Gott, noch welche! Magazin leer! Ah, das Triggern möchte man nicht hören... Das nicht... So, du Beschütze! Wolltest du mich fahren? Ich... Ja, das hab ich eigentlich versuchtes Steuern vorhin... Ahhh! Ist der tot? Ja, der ist gestorben. Alter! Okay! ein großer hallo gott leute die wollen wir nicht mehr haben ich habe keine granaten ja wieder zurück zu den löchern und die wo war das geschützt was sie gefunden hat das geschützt hat es damals so ein fest-inzertiges geschützt gefunden ach so ja guter punkt ja das war ein bisschen weiter weg Ja, eine andere Woche. Mann, ich stu. Mann, ey! Oh nein, da kommen noch mehr Diva. Scheiße. Ja, Dings. Oh nein, ich darf wieder. Das Geschirr war doch hier irgendwo. VVVVVV. Oh Gott, da ist noch eine Pat toxic. Hey, wir müssen hier raus. Seid fertig, könnt ihr... Ja, das wissen wir. Wir wollten ja eigentlich noch diese Nester in die Luft sprengen. Scheiße, ich will nochmal in die Nähe verdrehen. Mir läuft grad alles nicht, wie ich soll. Ich muss die Waffe, ich hab keinen, ich mach Nachschub. Ah, kann man nicht bestellen, shit. Hier war das doch, oder nicht? Da. Ah, ich seh's, ja, ja. Ich glaub, die Fatouren sind nachgefahren. Ja, was kann man sagen. Ich kann nicht so schnell an die Kurve. Ich hab Durchbruch entdeckt. Scheiße, und rechts von dir auch, ne? Kann nur... Oh Gott. Kann nicht so schnell nach links? Weißt du, wie langsam das geschützt ist? Ja, ich weiß. Oh Gott. Ist es leer? Ist es leer? Ist es leer? Ja. Das geht! Hier liegen Munition aber rum. Sch-... stel... euch... so... bis ihr ist er als ob das steht. Hä, wie soll man es nicht vorlesen? Lade neu. Okay. Reicht das jetzt? Das fände ich auch schön. Wir haben irgendwie den ganzen Millenneten gemacht. was also wir rennen ja zu evakuort ja find ich gut wo waren die ich hab keine maschinen wir haben euch schon mal zusammen maschinen gewährt alle noch zehn minuten müssen weg ein ganzes stück jetzt vor dem ich kann jetzt kommt ja ich muss kurz wir haben noch jetzt alle geplättet oder nicht die sporn ja aus den löschen immer neu oder meine vier proben liegen ja noch bei meiner einleicherung die verliert man aber ich habe keine granaten ja da können wir nachschub an so viel gekämpft wir können zumindest mal kurz dabei schauen ob der jetzt ja okay wie vorher ja ich hole schnell die barum da kommt doch mal ganz viel nach mach doch mach mach ich stehe hier an ich beobachte dann ich warte nur auf meinen präzisionsschlag 3 2 1 0 rechts rechts oben das unser beider magazin immer so schön leer sind okay durch wurde deckt fack jetzt scheißt auf weg hier ich sehe das terminal okay evakuierung möglich sobald ihr bereit seid Ja, bitte geschützt! Fordere Evakuierung an! Nein. Evakuierungsantrage bestätigt. Shuttle im Anflug. Alles gut. Was ist jetzt diese Welt hier? Fordere Unterstützungswaffe an! Kann ich auch noch was anfordern? Das Geschütz ist schon wieder weg, ey. Ernsthaft, ey. Das ist ja nett. Erledige im Laufe meiner Mission 59 Feine. Das haben wir auch schon geschafft. Wie dann Maschinengewehrste. Ja, ich hab einfach... Nachladen. Maschinengewehr nachladen, es dauert. Oh boy. Zeit zum Laufen. Du, 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 ich lad hier nach. Oh. Oh Gott, hallo. Eine Granate mehr. Mag ich nicht. Eine Minute noch. Hallo boy. Hinter mir. Oh. Du hast mich umgebracht. Ich bin dir womöglich in Schuss gesprungen. Okay. Okay, okay. Nervs. Oh, Mist. Ich wollte eigentlich auf ihn landen. Ankunftszeit. Minus 20 Sekunden. Gott, Digi. Du nervt. Oh boy. Oh boy. Oh. Oh, thank God. Okay. Okay. Weg hier. Landung von Pelikan 1 im Gange. Landung von Pelikan 1 im Gange. Schüsseli. Miniden Kontrollsystems. Einen Schritt näher. Das wäre noch ein anderes optional Ziel da gewesen. Okay. Erster Platz gibt nur zwei Medaillen. Verstehe ich. Das weiß ich nicht. Ja. So und wie kommen wir jetzt zur Statistik? Es dauert alles ein bisschen länger. Jetzt. Wow. Da ist wieder viel Geld. Du hast mehr Unfälle gehabt. Ja. Ja, Friendly. Du hast mich umgebracht. Wieso habe ich dann Friendly... Weil ich den Schaden bekommen habe. Ich habe den Schaden bekommen. Den Friendly Feierter. Das ist meine Schuld, dass ich den Schaden bekommen habe. Weiß ich nicht, ob man das so bezeichnet kann. Hättest mich umgebracht. Kannst ja nicht null sein. Wir können die wiederholen uns ansehen. Gerne mal. Ich habe null Proben extrahiert. Du hast mich arbeiten lassen. Aber dafür habe ich zwölf Spritzen benutzt. So. Haben wir jetzt was neues freigeschaltet oder was? Wo ist der Mech? Ich möchte den Mech freischalten. Ja. Ich auch. Ich überlege, ob ich mir diese Stallboard Waffe kaufe. Ah, der ist vielleicht beim Hangar dann. Ein Cock... Ne. Hm. Wo man... Wie... Was man machen... Egal. Ich finde jetzt nichts Tolles, was mich... Ja, ob man diese... Ob man wirklich mal auf Streubombe oder sowas gehen sollte. Weiß ich. Weiß man nicht. Da sind sie. Die Galaxie erwartet ihre Rettung. Sie ist genau das, was man braucht. Wird sie eins schwieriger oder selbe... Selbe... Region machen? Ne, wer da mittel. Jede Mission ist ein weiterer... Weiß eine Mission ist genau daneben. Nachbarmission quasi. Ah ja, Moment. Ich schau mal kurz, wieso das jetzt nicht funktioniert hat. Äh, Kawabi... Aktiviere Orbitaldüse. Orbit synchronisiert. Sehe ich offline schauen. So... So gute Nacht. Alles klar, Kawabi. Schön, dass du da warst. Gute Nacht dir auch. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kauf mir grad hier noch was. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ganz ruhig, jo. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. So nicht, jo. Ich kann mich nicht entscheiden. Hangar oder Orbitalkanone. Soll ich die Streubombe nehmen? Helldivers zu den Hellpods. Wiederhole. Helldivers zu den Hellpods. Soll ich aufstehen und mir Kekse holen? Das frage ich mich gerade. Das ist ne wichtige Frage. Das ist ne wichtige Frage. Jetzt werde ich zwangsevakuiert hier mitgenommen. Wie? Oder einfach... Hä? Suchen und zerstören. Na, wir müssen die Backlöcher stopfen. Okay. Ja, da wo es rot leuchtet, waren wir einfach hier? Jo. Oder da, okay. Ja, oder hier mitten drunter. Wow, okay. Wie jemand lebt, lebt gerne gefährlich. Was hast du denn alles? Ist das gekauft? Ich hab jetzt noch... Ich hab mir jetzt diesen Hangar-Orbital-Angriff gekauft. Mal gucken, ob der irgendwas bringt. Start initiiert. Seinen Job möchte ich haben. Einfach nur auf der Brücke oben bleiben. Und von oben ballern. Ja. Ist auch so lustig. Ein Helldiver hat ein Schiff. Und die sterben wie die fliegen. Also jedes Schiff so, okay, unser Helldiver ist tot. Fliegen wir nach Hause, holen wir einen neuen. Stimmt. Ja. Ja, vielleicht wären die hier mit diesen Teilen auch direkt zum Traumschiff. Oder wären die gleich geklont. Ich meine, wir kamen da ja so kalt an. Sind wir grad frisch geklont? Ja, oder man kommt von draußen. Kalt draußen. Stimmt, ist kalt draußen, ohne Atmosphäre. Kann ich dir jetzt nicht widersprechen. Oh, hallo. Sollen sie kommen. Sollen sie kämpfen. Sollen sie. So los geht's. Fertig. Vier von elf. So was war das, einfach den Adler angriffen von oben. Ey, die haben... Meine Maschine, das vorne liegt ja noch. Das ist fein, ey. Ja, die Leichen klarkieren sich der Gegenseite. Ja. Danke. Ach, da kommt immer noch mehr über den Abhang, ey. Ja. Ich mach dir ja die Stuart, glaub ich, ganz klar. Ich bekenne die Wasser. Ah ja, die hätte man sich auch schon kaufen können. Aber ich hatte ja auch ein bisschen aufgebessert, wenn ich mich richtig erinnere. Im ersten Teil klar auffüllen. So, okay. So, gehen wir jetzt hin. Ja, einfach weiter nach Norden, da ist leuchtet's rot. Okay. Da liegt noch Munition rum. Kippler auf Schrotflinte. Hm. Anstatt des Maschinengewehrs, das ist jetzt natürlich blöd. Ah, da kommt schon... Freunde. Oi. Eieiei, okay, das ist ne Menge. Ja, vielleicht hätte ich was... ...anfordern sollen. Obwohl, die geht. Geht. Das ging gut. Da ist ein Fragezeichen auf jeden Fall Richtung Norden. Was ist das für ne kurze Mission? Das ist echt kurz. Aber wir haben schon vier von elf geschlossen, ne? Na ja, gut. Wo ist das? Spritzen. Probe. Okay. Zwei von 19 Proben. Okay. Okay. Aber man hält sich gar nicht von alleine, okay. Okay. Dann nach Westen. Stimmt, im ersten Teil ist auch noch rot. Wenn die noch Musik umliegt, dann lade ich nochmal nach. Wir müssen beeilen. Soll ich dann nochmal so ne Schlag drauf? Ja bitte. Okay. Ähm. Um rechts, um rechts. Was soll ich jetzt erleben? Um rechts, um rechts. Was soll ich jetzt erleben? Um rechts, um rechts. Sorry. Ja bitte. Weil ich da reingeschaut habe, da sind echt viele rausgekommen. Okay. Aber das hat, hat's. Nicht so viel gebracht worden. Werfe Granate! Okay. Easy. Okay, dann weiter nach Westen. Okay. Hey, auch schon decor sind durch. Mit der Mississippi. Was ist da? Er explodiert links. Zusehenswürdigkeit war 이걸 mal hin. War mal dann nicht schon? Wann ist er nicht mehr? Wir sind doch immer Monster. Vergiss die Zeit noch nicht. Ja ja. Ich war ein Losender. Ja ja. No 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 no, no 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 no. Liegt nix, ich dachte, ihr werdet bestätigt. Sehr gute Idee. Oh boy. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sie wollen aber auch... Ich kann noch nachladen, was da was... Achso, ich ströte immer wieder Steuern beim Nachladen, weil ich dachte, ich knie mich dann hin, aber er unterbricht dann immer das Nachladen natürlich. Ah ja, okay. Neues Magazin! Lade nach. Lade nach. So, und was haben wir jetzt hier schon? Ich mach, hier gibt's was feines hier ist ein Terminal. Radar-Turm aufrichten, yes. Da kommen wir durch mehr... Soll ich die Satelliten schon so wieder ausrichten? Sieht nicht danach aus, ich tischte zwei von zwei, also es sollte eigentlich gleich durch sein. Gut. Ich geh schon mal weiter. Ich hab Angst, dass wir die Mission sonst nicht schaffen. Okay. Ja, ne, du musst es ausrichten, Datenrelay. Wo ist das Teil? Ich komme, ich darf noch mal hin. Guck dir mal im Terminal. Ja, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ja, stopp. Das war's. Okay. Hast du sie aktiviert? Achso, ne. Oh Gott, es kommen ein paar Leute. Ja, die hab ich vielleicht grad getriggert. Nee. Schon lustig. Okay, sind wir durch dann weiter. Ja, es sind nämlich Löcher. Ja. Ich hab nicht weit genug geworfen. Oh ja. Achso, Pausen aber sind ja auch gestorben durch mein Angriff. Oh, wo ist das hier? Gewöhnliche Probe. Schön. Oh, da sitzt ja jemand. Guck mal, das sieht ja lustig aus hier, schau mal. Ein Toter? Ja. Ich markiere Position. Ein Schild da. Okay, so. Wir brauchen immer auch drei Lecher. Norden oder Osten? Ja, lass doch Richtung Überkürungszone, oder? Ja, genau, aber vor uns sei direkt eins. Ja. Das würde ich einfach. Hit and run. Was ist das denn? Hier rechts müsste es sein. Da sind viele Fallen ja auf jeden Fall. Okay. Dann hab ich ne Idee, was ich da reinschmeiße. Ich seh hier aber jetzt grad kein Nest. Oh, oh. Oh, oh. Schieb. Na, wie findest du, äh, mach Bock schon, ja. Also wie, äh, äh, hi erstmal. Äh, Prost. Ach, wo bist du denn? Ist ja ganz anders. Ähm. Ja, offensichtlich. Ach, du hast das Loch gefunden, was ich nicht gefunden hab. Ja, das, ja. Ist richtig. Äh, du hast hinter dir noch welche. Ja, kann ich sagen. Äh, so ne Gatling-Gan zum Aufstellen, das wär grad cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Missbestellt. Ähm, genau, also, äh, macht auf jeden Fall Spaß. Teil 1 fangen wir ja auch schon super. Rastretten wir den Gesichtern zerstört? Ähm, maybe. Ne, das stimmt nicht. Ah ne, die ballert noch, okay. Magazin leer! Magazin ist auch leer. Mann, no. Mit dem Schutz... Ach, ne, du noch scheiße. Ja, die haben Schutz vorne. Musst die von hinten auf die Seite angreifen. Ach, okay. Ja, weiter durch. Ich glaub, links, links. So, jetzt müssen wir noch... Oh, das ist jetzt geschlossen, das Loch? Ne, ne. Wir haben das linke. Okay. Oh, jetzt hier schnell weg. So, zwei Minuten. Ich hab noch schneller nach Struktur. Dauert nicht selbst... Ach, ja, ich renne einfach weiter. Nimm du alles. Oh, die Mission ist das Ziel. Okay. Ich hab mich verfolgt. Ja. Ux, ja. Ich hab keinmal gestorben. Magazin leer! Ist gestorben? Ich hab ja auch nicht mehr wügtbar sein. Ne, ne. Oh, hallo, was ist denn da noch? Oh, boy. Ja, okay. Also, ähm, wir haben ein Problem. Das Shuttle kommt in zwei Minuten an. Ja. Die Mission ist Feuer vorbei. Ähm, hä. Das ist ein Problem. Ich hab dir gesagt, dass wir... Ja, das ist etwas. Das ist ein Problem. oder heißt es nur dass wir keine verstärkung anfordern kann ich weiß es nicht dann ruf ich mir mal alles was... ja, würde ich auch sagen ja, dann kann ich jetzt auch nicht mehr machen also ich würde mit einer von uns vielleicht einfach keine verstärkung anrufen anfordern eine von uns ist jetzt auf der sternseite ah ja, ok hier ist meine tür, das geht für mich ich bin gleich wieder da was? jetzt wird angegriffen ok, hab's gerettet oh, einmal umgedreht ey sorry ich hab mich einmal umgedreht, dann waren auf einmal fünf monster bei dir grad fast noch leer das nachtbrill hatte ewig schön ein paket von mir jetzt hat es mir beigebracht naja, aber ich meine fast wären wir nicht gestoppt hattest du ne sonde gefunden oder so? lauf doch rein hattest du keine probe also ach so, doch ach so, du meinst du hättest jetzt hier noch überlebt ja die freiheit hat sie gestärkt ja, noch ein achievement hm schön war das hier sind dafür hat sie doch bloß naja hier spielen nur vier achievements hm aber das war noch vollkürt ja immer noch mehr drei von vier eins von zwei da war immer noch mehr zu holen mhm in dieser kurzen zeit aber ja wir haben ja echt viel davon geholt immer noch beinahe vollkommen fünf von fünf was alles bestens super perfekt vier von fünf punkte so in der art wie in der schule ich könnte mir nix besseres vorstellen was man besser machen könnte vier von fünf naja zehn gibt's halt nicht dass halt nur jesus erreicht ist ja aber auch nur an guten tagen nur an guten tagen nur weil er gestorben ist ja was hast du da bestellt von armory wohin weiß es nicht das ist so lange her das finde ich ja lange her ist das handy zubeherr oder ne es ist tatsächlich ähm somat klarspüler wow ja wir sind ja w die die ja w w w w